Jawohl und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Ratchet & Clank. Schon am letzten Abend habe ich es schon angedeutet, starten wir wieder hier beim Raumschiff und müssen uns den ganzen Weg nochmal komplett nochmal durchschlagen. Gut, dann haben wir hier ein bisschen alles zusammen sozusagen. Nehmen wir gleich die Kisten noch mit. Guck mal, da bleibt mal Japan kein Schüttrohnhändler. Oh, normalerweise müssten wieder alles... Jawohl, Alter. Äh, müssten eigentlich noch alle Waffen voll sein. Jawohl, so siehts auch aus, genau. Alle Waffen sind noch voll. Dennoch, okay. Äh, ne. Die müssten wir eigentlich noch so wegkriegen, ne? Jawohl. Ja. Wollte nicht. Das hat mich doch noch erwischt, da einer. Aber egal. Hoffentlich. So. Schade, dass wir den ganzen Weg nochmal machen müssen. Aber na gut. Kann man nicht... Kann man nicht ändern. Äh... Hydro-Beamer-Schwunghack. Umklauen. Okay. Und den einen noch mit den Clubs. So. So. Okay. Ja. Auf hinten stehen keine Kisten mehr. Da wir ja schon mal, äh, letzten Aufnahme dort gelaufen sind. Bis zur Hälfte wir es schon geschafft haben. Leider müssen wir jetzt nochmal alles neu machen. Okay. Ja. Schieß, schieß, schieß. Okay. Den haben wir uns gekreut. Hopp. Äh. So. Ich schalte mal um. Auf für den... Nee, den war wüster. Auf wie sie Bombenwerfer. Wir haben ja einen kleinen Gegner. Ja? Äh. So. Ein Gegner hier. Hä? Äh. 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 Hat der Hydro nicht letztes Mal hier angegriffen, oder, Bruder? War das Brot anders da? Na gut, dann muss ich wohl anders da gewesen sein. Gut. Okay. Чouch. Yuh. Aha. Nach dem? clustersierelu? Hast du wirklich gewonnen? So. Äh. Verwüster? Hier. Was? Jawohl, ja? Hat er uns doch noch erwischt einmal? Okay, wir können aber jetzt weiter. Geht ja schneller als ich doch, doch. Dieser Weg ja durch. Joppa, ein Zappa. Dann holen wir uns gleich ja noch ins Leben. Genau. So, weiter geht's. Das Tor ist auch schon offen. Super. So, wenn sie auf den Hafen kommen, dann lassen wir sie leichter wegkloppen. Ach. Jo. Stimmt ja, jetzt müssen wir hier auf den Magnetstreifen lang. Okay. Äh, so. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Na komm. So. Jawohl, jetzt sind wir oben. Müssten wir eigentlich oben sein, genau. Okay. Ops. So, jetzt springen wir jetzt mal runter. Ja. Bei Wüster-Munition. Äh. So, rüben noch Kisten ein. Okay. Ich kann schon drinnen hinladen. Okay. Wir rüsten uns jetzt auf für die nächste Hälfte. Okay. 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 Wie ihr es aussieht, haben wir alles voll. Das ist ja natürlich super. Weil wir müssen uns auch so gut wie alles einsetzen. Äh. Ist Wasser drinnen? Oh. Okay. Wasser ist drinnen. Wir müssen den Hydro-Beamer einsetzen. Da oben ist er. Und geht. Wupp. Okay. Jetzt können wir hier runter. So. So. Mit dem Düsenpack kannst du Düsen-Schalter in einen Power-Schlaf verpassen, in dem du springst und dann die R1-Taste drücken. So. Okay. Also. Springen. Und A1-Taste. Bumms. Jetzt wird es gleich angezeigt. Ich will das letzte Mal erst mal einen zweiten Versuch. Okay. Äh. Jetzt. Äh. Ich bist hier. Ja. Ich schwelze erstmal auf dem Pflaster um. Nein. Oh. Hopp. Und. Nein. Ach. Ich möchte hoch und nicht runterwärts. So. Okay. Nein. 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 Ja. Okay. Äh. Äh. Ja. Au. Aaaaah. Super. Warte, ob ich doch wäre. Hup. Hey. Aaaah. Okay. Fär weg. Aaaaah. Aw. Oh. Ouh. Ja. 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 so der weg kriegen wir an jawohl ein kleiner umweg zwar aber wir haben doch noch direkt zur verwieser zwei stück war ich rolle 4 ok dahinten ja so wie sich bomben werfen Ah! Ah! Okay, doch mal gerne, kenne ich mal. Ich bin eigentlich hier. Nein! Na oben! Ey! Schießt die ab! So! Ah! Mist! Okay, wir starten ja von hier vorne. Äh, das ist der Tor schon mal zu. Warte, hopp! Äh, achso, ich hätte ja auch, stimmt, ich hätte Munition erst mal holen sollen. Aber, ach gut. Probiert es noch mal. Hopp! Äh, ich nehme mal Stromklauer. Oh! Au! Was hab ich noch in den Hintern? Äh. Hier, da treffe ich. Oh! Oh! Ich glaube, ich fasse leer. Oh! Äh... Was? Mach ich das jetzt bei denen? Nein! Ja. Ach, ich treff doch die Gegner nicht. Nein! Oh! Au! Ach, ist hier zum Beispiel ein Mäusmeck. Nein! Ach, Junge! Und gleich bin ich wieder tot. Das war's. Ach, gibt's doch nicht. Ich komme doch heute ja nicht mehr... Scheiße. Ich muss mir erst mal Munition versorgen. Äh, ja. Ach, ja. Tolle Sonderangebote. Gibt's doch nicht... Heute komme ich... Du? Äh, ja. Irgendwie komme ich heute an denen nicht vorbei. Äh, äh, ja. Ja. Eine Schönheit. Äh, die sind auch ziemlich nervig, muss ich mal sagen. Eine gute Wahl. Hopp. Warum ist das da schon mal zu? Hopp. Ähm. Ja. Musik? Ich werde erstmal hier was stecken, beziehungsweise abreagiert haben, ok, dann holen wir uns demnächst. Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Das sehe ich jetzt nicht, ja? Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE! Ok, NICE!